Also es gibt mit Sicherheit sehr kompetente und gute Kollegen hier. Es gibt auch schwarze Schafe, die gibt es aber in jedem anderen Beruf auch. Ich denke, ein Kunde sollte dahin gehen, wo er sich wohlfühlt. Es gibt Kollegen, die haben einfach eine völlig andere Herangehensweise, eine andere Vorgehensweise. Wir machen das, wovon wir überzeugt sind, dass es richtig ist und dass es gut ist. Und ein Kunde sollte immer dahin gehen, wo er sich verstanden fühlt und wo er sich gut aufgehoben fühlt.